Okay, bin da. Also, können wir starten? Alle ready? Ja, komm, egal. Ja. Ding, bong. Okay, chat. Oh, was nicht mehr? Ey, was ist das? Ihr Idioten! Ey, Digga, ich bin so sauer, Alter. Da machst du nichts, da machst du nichts, Digga. Ja, scheiß drauf. Digga, also wer auch immer sich das überlegt hat, der... Digga, du musst dir überlegen, das ist, was man da alles zeichnen muss. Also, der, der das jetzt als nächstes bekommt, ich bin eigentlich froh, dass ich es jetzt am Anfang hatte, weil du kriegst einen Nervenzusammenbruch, wenn du es das erste Mal siehst. Und ich bin gespannt, wie überhaupt der Nächste das beschreibt, was ich da gerade gemalt habe. Okay, okay, okay. Steht man mal ins Kammer-Mainz? Hä? Jetzt kommt die... Was? Ich soll die beschreiben? Hä? Muss das sein. Also, ich glaube, ich habe es gut erkannt. Muss das sein. Muss das sein. Muss das sein. Geht nicht anders. Muss das sein! Geht? Hm? Ist einfach, also wenn das... Ey! Weiß, ich verloß, ich verloß. Was? Holy shit! Oh mein Gott, da kenne ich ne... Was ist das denn? Fuck! Shit, das ist so schlecht gezeichnet, ich fang nochmal komplett neu an. Digga, es ist so scheiße zum Zeichnen, what the fuck? Ne, 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 boys! Nooo! 12 Sekunden, der noch! Scheiß auf den... Scheiß auf den... So scheiße, Mann, Digga, ich bin so sauer! Zu Ende! Ey! Okay, oh, oh, oh! Äh... Da ist ein Fehler passiert am Ende. Es gibt halt immer einen Verlierer. Ja! Ihr merkt selber, wie schwer die Dinger sind, sagt mal ganz ehrlich. Ja, ja, ist brutal. Das ist übel, Maximilian! Oh! Jesus Christ! Ach, scheiße! Oh, scheiße! Was ist das denn? Hä? Ey, Jungs! Alter, what the fuck, man! Jungs! Aber ich werd's nicht zu früh stoppen. Was ist das? Ich glaub das nicht, Mann, das ist so schwierig zum Teil. Danni, was geht, Mate? Danni, was geht, Mate? Danni, Mate, was geht? Danni, Mate, was geht? Danni, Mate, was geht? Danni, Mate, was geht? Danni, du hier und ich im Hollywood. Ey, der ist so... Heute vor! Meine Sohn, Chat! Ey, aber keiner von den anderen bescheißt dir, oder? Ihr bescheißen, ihr habt auch alle Emote drin, ne? Alle Emote only! Ey, ich hab richtig Bock auf die Auflösung! Okay, okay! Alle bereit, alle bereit, alle bereit! Alle bereit, let's go! Die geilsten speichern! Oh mein Gott! Monte gibt Sascha Arschbohrer! Digga, das ist doch keiner von Arschbohr! Monte zerstört Knossi! Hä? Hä? Dreimeck! Ebel zerstört, Bro! Monte beleidigt Knossi als Noob und Kylos... Ey, wir hatten Sascha nicht! Bekannt Nummer 1 von YouTube, hab ich geschrieben! Oh Mann! Montana Black bewirft Knossi mit Kylos Scheiße! Jo! In welche Richtung geht denn das, Mann? Mit was wird dran gefangen? Ey, ich bin Sascha Arschbohrer! Ich rass dich aus! 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 Ja, wir machen weiter! Tromax rappt mit 187 als Feature Everybody! Ey, Chef Strubel! Das ist richtig, Digga! Ach, Digga, Chef Strubel! Das ist so ein... Ey! Tromax dirigiert 187 als Feature Everybody! Tromax dirigiert! Ey, das ist angekommen tatsächlich! Ey, das hat... Oh, stark! Aber Jens nicht schlecht! Tromax dirigiert die 187 als Feature Everybody! Alter, aber Tromax dirigiert die 187 als Feature Everybody! Ey, Mann! Du hast es erkannt! Siehst du das? Tromax dirigiert die 187... Ich hab den Takt vorgegeben! Richtig! Das kam an der Scheiß! Obwohl ich gar nicht das... Ganz groß ist Tennis! Er hast gemalt, ey! Ey, also... Schau mal! Chef Strubel dachte sich, es ist einmal cool, 187 zu malen! Dann noch Max! Und dann auch noch... Everybody! Chef Strubel... Warum bist du Max nackt? Ja, Everybody! Ich mach weiter, Jungs! Niko beim letzten Damenbesuch zu früh gekommen! Ich hab den Takt vorgegeben! Ich hab den Takt vorgegeben! Der Takt vorgegeben! Ich hab den Takt vorgegeben! Was ist das? Niko beim letzten Malenbesuch zu früh! Nein! Und dann... Ich hab den Takt vorgegeben! Ich hab den Takt vorgegeben! Jungs! 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 Ich hab noch wenigstens zensiert Balken reingepackt. Das war's auf dem Balken, ich bin immer interessiert auf dem Fragmix-Kanal. Oh, schon geklappt. Digga, lang gestorben, so, jalla, weiter. Ist ja unfassbar. Niko, Inscope, fährt durch Blitzer. Das war easy. Das war noch easy, ja. Die Zeichen ist aber scheiße gewesen. Digga, das Fahrrad. Stimmt. Inscope wird auf dem Fahrrad geblitzt. Oh, sehr gut. Jo. Wie gut, wieviel Details. Ja, heftig, heftig. Niko wird geblitzt mit 24 Karten, hau zu schnell in 30 Sekunden. Alles zusammen. Klick. Niko wird geblitzt. Niko wird geblitzt. Das ist das Klick-Geräusch beim Blitzer. Klick. Ey, das war die beste Runde. Das war gut. Klick. 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 Oh nein, ich wurde schon wieder geblitzt. Oh Mann ey. Alle ready? Ja, I'm ready. Ja, I'm ready. Sascha hat eine Kippe in der Hand und küsst Knossi. Was? Das war bei mir nicht. Boah, aber das ist nicht schlecht. Boah, das ist nicht schlecht. Boah, das ist nicht schlecht. Sascha und Knossi machen miteinander rum. Nein. Ich dachte wegen der Zigarette, Digga. Ey, ja okay. Jetzt wird's ganz anders. Pass auf. Jetzt wird's ganz anders. Sascha macht mit Knossi rum. Das war easy. Aber man hat's erkannt. Man hat's erkannt. Oh nein. Was ist das denn? Was ist das? Knossi und Monte machen ehrenlos rum. Ja, und dann ist das... Ehrenlos rum. Ehrenlos rum. Ehrenlos rum. Ehrenlos rum. Ich bin in die Frenz-Augen. Die Augen aus. Die schauen sich an. Die schauen sich an, die Idioten. Die Ehrenlose-Dinger. Die Ehrenlose-Dinger. Digga, das könnte auch ein Fisch von Jens sein, Alter. Jungs, wir machen weiter. Wir machen weiter. War noch gut. Keiner in Saschas Nasenlach. Was ist das Scheiße? Die Krone. Was war mit der Krone? Hä? Digga, was ist das denn? Montana Black riecht Kylos Furz. Oh nein. Kylos. Ey, jetzt kommt ganz klar. Kylo furzt und es kommt Land mit. Boah, Junge. Jetzt komme ich, Alter. Oh Mann. Junge. Kylo SCG ist aus Versehen. Ey, Kylos. Aus Versehen einfach. Ey, aber ein Ding ist doch richtig. Oh Mann. Oh Mann. Oh, schön. Schöner. Stark, 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 stark. Sau stark. Wieso hat alles mit Scheiße oder Penis zu tun in unseren Runden? Wir gehen in die vorletzte. Ja, meins nicht, ist lustig irgendwie. Sascha raucht eine ganze Stange Kitten. Oh, was da was geworden ist. Boah. Ja. Boah. Sascha raucht wie ein Schlo. Siehste. Das ist nice. Boah, das ist nice. Boah. Stark. Sehr stark. Sascha raucht wie ein Schornstein. Sehr stark. Alter. Wir sind gut dabei. Gut dabei. Sehr gut dabei. Digga, der Mundwinkel ist geil. Sascha ist stoned wie ein Haar. Wie ein Haar. Wie ein Haar. Oh Mann, Digga. Was sieht denn aus, also? Ey, der Fall nur. Und den letzten? Chef Strubbel wird so irrelevant, dass er sich in Luft auflöst. Oh, Mann, Mann, Mann. Hey, komm. Gut geht's. Chef Strubbel schlägt Hater zusammen. Digga, das ist mit so einem Fehlerpassiv in der Farbe. Oh, Film gibt's Trümmerkse-Joach-Beinbrock. Hahaha. Dann gibt's elf Jahre. Elf Jahre. Ja, Junge. Trümmerk wird von elfjährigem verdroschen. Was ist wrong? Ja, fand ich auch nicht geil. Damit war zum Glück vorbei. Damit war zum Glück vorbei. Stark. Ich kann sowas nicht malen, Jungs. Nico, was ist das denn? Das ist Katastrophe, ehrlich. Das ist wirklich eine Unverschämtheit, Mann. Jungs, ich kann sowas nicht malen. Tag. Noe gar nicht, habe ich gerne Parkinson malen gemacht Mittelnpm Weight. Ich Acting man viel dran inуститьanken. Aber dann hätte ich ein neues Jahrzehchen. Ich hab Radio livre moment, und war ich nur noch rồi. De service hat lover und hab plugged uns gerade mal, wenn ich recht warte ansch VMish auspacken muss kann. Dann bin ich mit dem Moment. Lass mich für Kleine kasierdayst callig, ich sage wirklich lange dischiere mich auf der Frau Literally. Gabriele alles etwas schämt, Bis zum nächsten Mal.